So, jetzt kann ich mir auch eine vernünftige Haustür leisten, also kaufen. Ah ne, da ist das Fenster im Weg. Sag mal, wo kommt dieses Fenster her? Oder hatte ich die Tür? Du kannst mir nicht erzählen, dass ich die Tür nicht zentriert hatte. Also hier. Die war hier? Also ich weiß es nicht, ne? Hört sich gerade so an, als würde ich die Meinung aus dem Live-Chat erfragen. Aber nein, ich bin nicht am Stream. Ich mag das Wort Streamen. Nein, ich mach das hier gerade YouTube-exklusiv, ne? Wie ihr es kennt. Diese Tür passt irgendwie, ne? Oh, ich hätte die... Ach komm, ich nehm die in Grau. Komm. Spiel zwingt mich zwar Geld auszugeben, aber hey, was soll ich machen? Das ist ne ziemlich große Hundematte, ne? Das ist das Katzenkörbchen. Apropos Katze. Wie, wie geht's denn, äh... Wie geht's denn, äh... Wie geht's denn, Shiva? Ja, ich hab, äh... Nein, ich hab den Namen nicht vergessen, um Gottes Willen. Das würde ja unprofessionell wirken. Ich bitte euch, Quatsch. Das ist ja... Wer, ihr behauptet das. Das ist ja... Das ist ne Frechheit. So. Ähm... Ich find das Schlafzimmer immer noch sehr schön, ne? Es wirkt ein bisschen zugestellt. Aber ich... Ich find's immer noch schön. Wenn ich ehrlich bin. Gut. Äh... Kann er jetzt... Kann er jetzt zur Arbeit gehen? Ja. Es lohnt sich überhaupt nicht. Aber ja. Gut. Dann... Dann kann's ja jetzt lov... Lov gehen, ne? Kann er lov... Warte mal. Muss ich das wegwerfen oder muss ich das aufheben? Nee, eigentlich... Das ist... Also, ich könnte es als Dünger benutzen, ne? Aber ich... Eigentlich will ich's auf... Äh... Wegwerfen. Soziale Gruppen. Kann ich... Was denn? Ja, und? Stell dich doch mal nicht so an. Ihr wolltet den Köder schließlich haben. Also. Geh ich mal von aus. Ich... Nee, im Grunde hab ich den einfach nur... Das Tier zugewiesen, ne? Ja, so. Ich glaub, der braucht... Aufmerksamkeit. Okay, doch nicht. Was für ein Arbeitstag! Ja, anstrengender ging's echt nicht. Gut. Oh. Stimmt. Ich vergaß. Er... Wird ja nach Stunden bezahlt. So wie jeder andere auch. Ja gut. Dann hat sich das im Grunde nicht gelohnt. Es hat sich... Es hat sich... Es hat sich nicht mal rentiert für die Tür. Gut. Ähm. Hier, du könntest... Du könntest mal der Blase einen Gefallen tun. To... Toilettenstreich. Oder... Oder... Wie die Hochdeutschen sagen. Toilettenstreich. Das ist ja... Ich weiß ja nicht, ne? Gegner studieren. Wie... 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 Wie mach ich denn das, wenn ich fragen darf? Haben die denn ein Rech... Die haben keinen Rechner, ne? Oh. Ui. Ach doch, natürlich. Die haben keinen Rechner. Oh. 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 Von welchem Geld die sich den erlauben konnten. Aber gut. Die Haushaltskasse scheint in Ordnung zu sein. Von daher... Äh. Karriere. Nein. Äh. Soziales Netzwerk. Nö. Mehr. Web. Gegner studieren. Aha. Gut. Ich mach das einfach mal. Keine Ahnung, was das... Was das Internet damit zu tun hat, aber... Das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Kann es sein? Warte mal hier. Warte. Moment mal. Ich erinnere mich genau. Ich erinnere mich genau. Also ich hab ein echt beschissenes Kurzzeitgedächtnis, ne? Aber das hier, ne? Daran erinnere ich mich. Wieso? Wieso? Was ist denn passiert? War der Spielstand zu alt? Der ist noch aus dem selben Jahr. Wie machen das denn Spieler, die die Haushalte von... Weiß ich nicht. Vergangenen Jahren haben und seit langem mal wieder spielen wollen. Steht das Haus da nicht mehr? Voll der Voice Crack? Voice Crack? Meow. So, was... Was möchte sie? Nein. Geh weg. Der muss arbeiten. Geh weg. Gebt's keine Liebe. Also... Später. Nein. Ähm... Also... Vielleicht. Weiß ich nicht. Ähm... Hier. Nimm dir mal dieses... Dieses... Äh... Katzenvieh. Und streiten. Nein, das ist... Nein. Ne? Das ist eine Katze. Ein liebenwürdiges Haustier. Ja. Ja. Alter, hau ihr doch nicht so auf den Kopf. Die ist schon dumm. Bürsten. Ist das notwendig? Ja, ne? Ich erinnere mich. Das ist notwendig. Weil die sonst, äh... Haarbüschel verliert. Ne? Ich weiß nicht. Wie heißen die denn nochmal? Haarbüschel? Äh... Liebe spü... Ja, spür meine Liebe. Spür meine feminine Liebe. Wie er sich einfach einmischt. Wie bett? Hat der Bock? Natürlich, klar. Mhm. Okay. Ananas. Äh, hat der Hunger? Ein bisschen. Gut. Äh, was ist das denn? Hausfrau, hallo! Bis zur Perfektion polieren. Mussten die das jetzt aufgrund von... Naja. Ich. Irgendwas ist mit dem Spiel kaputt. Mussten die das jetzt aufgrund von, äh... Mit Elan putzen? Achso, das war emotionsabhängig. Okay. Ich dachte schon. Ich dachte schon, die mussten das umbinden. Weil, weil... Putzen... Putzen... Ja, also putzen, ne? Das tun ja nur Frauen, ne? Die dürfen ja auch nicht arbeiten, ne? Die... Die... Die sitzen ja den ganzen Tag nur zu Hause und putzen und kochen. So dem Thema, ne? Also, wenn sie das gemacht hätten, a la... Ich glaub, ich hätte das Spiel... Ich glaub, ich hätte das Spiel deinstalliert. Nein, das nicht, aber... You know. Dehnen! Ja, dehn du dich mal. Hä? Ich will schwitzen. Was für ein Rausch. Bitte was? Der Adrenalinschub verleiht Alex ein fantastisches Gefühl. Okay. Sind ihre pulsierenden Muskeln ein Zeichen dafür, dass sie Fitness mag? Und das soll ich jetzt entscheiden? Ja, ich glaub, da ist ein bisschen was rübergeschwappt, ne? So... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich, äh... Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich bin, ich bin voll raus, ne? Man merkt's nicht, ne? Bitten, das Geschäft zu erledigen. Ja, das klingt... Ah, nee, der hat doch schon geschissen. Ja, egal. Ich glaub, Yuki braucht Aufmerksamkeit, ne? Yuki! Ich find diesen Blitz in der Kacke toll. Als ob der jedes Mal, wenn er scheißen gehen würde, vom Blitz getroffen wird. Aber was hat er denn? Apropos, was hat er denn? Kann ich hier irgendwie nachsehen, ob, ähm... Ich wirklich so smart war und ihn wirklich zu einem Ehr gemacht habe? Oder? Ich weiß es nicht. Also er müsste ein Rüde sein. Alter, ich dachte, ich dachte grad, die nimmt die Katze und wirft sie in den Topf. Also das passt nicht zu ihr, aber... Naja. Gut. Äh, wir loben sie mal. Äh... An Lieblingsstelle kratzen... Da war doch grad was mit dem... Auf Couch verwöhnen. Das machen doch Menschen untereinander. Hat er jetzt geschissen? Oh, dass ich das mit dem Mausrad nicht machen kann, das... Das geht gar nicht. Ah, okay, hat der hingepisst? Nur ein überordentlicher Freak würde versuchen, eine Fütze auf natürlichem Boden aufzuwischen. Stimmt auch wieder. Wie die Katze hinterherkommt, total unrealistisch. Aber gut. So, wie lange braucht er denn da noch? Achso, das geht nach... Okay, das geht unendlich. Ich... Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Dann tu deiner Blase mal einen Gefallen. Muss hier was ausgeleert werden? Klospeicher leeren. Ich nehm mal an, dass das Ding meldet sich, ne? Wenn es voll ist. Andererseits... Wir haben grad Zeit. Gut. Wie sieht's denn aus? Warte mal. Nochmal Kamera drehen. Ist auch zum Glück überhaupt nicht umständlich. Ähm. Reste nehmen. Zusammenkochen mit? Oh! Ist das neu? Oder geht das schon immer? Das geht wahrscheinlich schon immer, ne? Ich hab's nur nie bemerkt, ich Idiot. Kannst du mal... Kannst du mal... Also, ich meine... Mir ist das egal, aber... Kannst du nicht mal deine... Singen üben? Protzen? Das passt du überhaupt nicht zu ihm. Äh... Das Outfit wechseln. Kleidung ausziehen. Ich weiß, das wollt ihr alle sehen. Ich weiß. Aber nee. Ich mein, andererseits, ne? Wenn man so gerade frisch ausgezogen ist, ne? Mit seiner Partnerin. Schrägstrich Partner, ne? Das ist ja jedem gleichgült... Äh, nee. Ja. Ist ja jedem, ne? Das erlaubt, was man möchte. Was ist denn? Was tut sie? Alter. Sie ist irgendwie voll drauf, ne? Aber positiv. Okay, sie hat keinen Hunger. Kann ich hier mal... Kann ich da mal... Mhm. Okay, das darf ich mir nicht ansehen, weil dann krieg ich nämlich Hunger. Sie ist müde. Und möchte sich unterhalten. Ja, obwohl sie ein hohes Soziallevel hat. Was macht die Katze da? Shiva? Ein braves Mädchen. Okay, sie beschwert sich wieder über Frauen mit... Äh, mit ohne Arme. Chili essen. Okay, ich lass die mal, ne? Ach, hier haben wir diese Alexa, ne? Ich erinnere mich. Intelligenter Lautsprecher Heinz. Was macht sie jetzt? Ein Klavier recherchieren. Na, solange sie keins kauft, ist mir das eigentlich relativ egal. Wenn ich ehrlich bin, muss ich mich hier um die Fische kümmern? Fische beobachten. Mal gucken. Oh, ihm geht's nicht gut. Er ist müde. Nee, komm. Setz dich jetzt mal an den Tisch. Hier und so. Ist der beste Tisch überhaupt. Und ess dein Chili auf. Okay, es ist leer. Dann kannst du es auch wegstellen. Nein! Wir sind vernünftig. Er braucht ein bisschen Spaß. Muss er morgen raus? Nö. Ganz ehrlich, dann können wir das auch morgen verschieben. Ja, natürlich. Ähm. Kann ja, kann ja, bitte. Ja, gut. Schlafen die Tiere auch, wenn wir, also wenn die pennen gehen? Alter, er ist richtig durch, ey. Und das Spiel auch, wie man sieht. Ja, gut. Wenn ihr alle müde seid, dann geht halt schlafen. Ist okay. Kann nicht mit Leben. So. Ist in Ordnung. Wir haben, wir haben alle Zeit der Welt. So. Gut. Okay, die sind wach. Aber, ganz ehrlich, ich kann denen hier auch nicht sagen, äh, schlafen. Sieht halt ein bisschen so aus, als hätten die einen epileptischen Anfall. Aber gut. Darüber will man sich nicht lustig machen. Sah nur so aus. Okay, Alex ist wach um 9 Uhr morgens. Das finde ich gut. Das, äh, ist sogar irgendwie sehr vorbildlich, ne? So, das Erste, was man morgens macht, wenn man aufsteht, ist Pissen. Ich bin ehrlich. Bis vor einigen Monaten hätte ich, hätte ich gedacht, äh, das ist wirklich so. Also, es war so. Aber tatsächlich, wenn ich morgens nicht aus dem Haus muss, ich... Ja, okay, komm, das ist okay. Auch wenn es die Küche ist. Ähm, aber... Okay, es ist doch nicht okay. Ähm, aber tatsächlich, wenn ich morgens nicht aus dem Haus muss, sprich, an Urlaubstagen, äh, an Wochenenden, in den Ferien, dann gehe ich erst eine Stunde... Wenn nicht zwei Stunden später pinkeln. Ja, okay, das gefällt ihr natürlich nicht, ne? Aber, komm. Sie lässt sich nicht gerne belehren, ne? Kann das sein? Ist es das? So, ich spiele jetzt ein bisschen mit ihr. Und dann nimmt sie sich noch ein paar Reste. So, Alex sollte über ihre weitere Ausbildung nachdenken. Informiere dich mittels der... Bitte was? Buttons? In diesem Fenster oder am Computer über ihre Optionen. Was hat er denn? Okay, er pennt. Tantienber... Alter, was? Wie viel? Warum? Geil! Was haben wir denn hier? Bücher. Allah, wie krass ist die Frau drauf? Kein Wunder, dass wir so viel Kohle haben. Das war mein Stuhl. Äh, Einhörner und Elfen. Okay, Shiva, klein und flau, schick. Shiva, süß und verspielt. Shiva, Abenteuer im Welt. Waa, 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 was? Shiva, diesmal kurz und knackig. Shiva, auf einmal erwachsen. Was tun? Shiva, Felleskalation. Woher kommt der Wohnzimmerteppich? Lol. Ähm, ups. Okay, die Bücher... Alter, also bis auf das letzte Buch sind die Bücher... Also, es tut mir leid, ne? Ich mag den Begriff selber nicht, ne? Aber mir fällt nichts Besseres ein. Aber die Bücher sind echt cringe. Alter. Okay. Äh, kann man eigentlich Bücher oder Lieder oder ich weiß nicht, was es alles gibt für Tantiemen, kann man Dinge wieder vom Markt nehmen? Ich meine, es ist am Ende, ne? Geld ist Geld. Oder werden die, ich weiß nicht, nach einem Jahr oder so in Sims, werden die dann vom Markt genommen? Oder... Oder heißt es dann einfach, ja, ne, ist gebraucht noch zu kaufen, wird aber nicht mehr produziert und hergestellt, ne? Du kriegst noch ein paar, paar Almosen, aber das war's dann. So, dass es halt eigentlich vom Markt genommen wurde, weil's niemanden mehr interessiert, weil die Verkaufszahlen runtergehen, ähm, ja. Oder halt einfach nicht gut gealtert ist, keine Ahnung. Gibt's da, gibt's da irgendwie sowas in der Richtung? Ich weiß ja nicht. Okay. Gut. Ja, mal eben so, äh, 2000 Simoleons und ich muss nicht mal kurz am, am Ohrläppchen kratzen, weil, aber, ja, ich weiß. Äh, Hinweise und, Hinweise wahrscheinlich, äh, Option, nein, nicht Option, was, was, ja, die jeder wissen will. Informationen war das Wort, was ich gesucht habe. Informationen, die jeder wissen will. Gut. Ja, äh, ihre Tantiemen, äh, knallen ordentlich rein. Ähm, was hat denn jetzt am meisten gebracht? Tatsächlich die Musik. Also ihre Lieder. Da ist sie ja auch, glaube ich, sehr, sehr gut drin, ne? Warte mal, Fähigkeiten. Ähm, was haben wir denn hier? Ähm, oha, okay, Gitarre hat sie perfektioniert. Das ist natürlich, das ist krass, ne? Okay, Schreiben hat, hat, okay, okay, Schreiben hat sie aber auch perfektioniert. Tiererziehung. Das ist eine Fähigkeit, um Gottes Willen. Kein Wunder, dass die Katze nicht fluckt. Level 1. Wundert mich nicht. Na gut, aber sie hatten ja auch beide vorher keine Haustiere. Also von daher, ist das schon, ist das schon in Ordnung. Äh, wie, wie steht sie denn zum Kochen? Also ich, irgendwie müssen wir hier überlebt haben, aber Kochen ist, okay, sie kann kochen. Sie hat einiges von ihrer Mom geerbt, das finde ich gut. Ähm, hat wahrscheinlich auch das ein oder andere mal über den Tellerrand gelunzt. Wenn, ja, wow, ne? Wortspiel, wow. Ähm, gut, sie, sie isst dann gleich was? Ach, wir haben ja noch, ach nee, wir haben ja noch genug. Ich, ich vergaß. Äh, ja, dann würde ich sie arbeiten schicken. Also im Sinne von, ne? Hier zu Hause. Sie, sie, sie ist ja, sie ist ja quasi selbstständig, ne? Finde ich gut. Ich finde Selbstständigkeit mit das Beste überhaupt. Ganz ehrlich, es ist so viel besser. Also es ist auch anspruchsvoller, klar. Aber so ein Chef, der dir 24-7 zu sagen hat, äh, was du tun sollst und was nicht und was du zu sein lassen hast und was halt nicht. Ähm, und im schlimmsten Fall auch noch in einem furchtbar anstrengenden Job. Tut mir leid, aber das ist das, also zum einen ist das nicht meine Welt und zum anderen will ich das auch keinem anderen zumuten. Klar, Alexander macht nichts anderes, aber für ihn ist es ja, nehme ich mal an, mehr wie nur ein Job, ne? Sondern halt Leidenschaft. Das ist eigentlich sehr interessant, ne? In Sims 4 gibt es nicht sowas wie, ja, ich sag mal, also es gibt schon arschige Sims, ne? Sims, die von, von Grund auf arschig sind, gemein sind, unfreundlich sind, aber halt solche Sims auch mal als Chef haben, ne? Ist mir auch noch nicht untergekommen. Weil eigentlich ist das nur realistisch. Mensch, ich meine, die Chance ist höher, so einen richtigen, ja, es tut mir leid, ne? So ein richtiges Arschloch als Chef zu haben oder Chefin, ne? Es tut mir leid, liebe Frauen, aber soll es auch geben. Ähm, ja, die Chance ist höher, so einen Arschloch als Chef zu kriegen, als, äh, ja, ich sag mal, jemand, ja, es tut mir leid, aber jemand mit gesundem Menschenverstand und, und Vernunft, also, was heißt Vernunft? Und, äh, wie sagt man, mit, 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 einfach so so ein, ja, mit so einem, mit so einem Wohlfühl, mit so einem, ja, mit so einer schönen Arbeitsatmosphäre und so. Die Chance ist leider höher, dass du da gearscht bist. Ja, die Chance ist höher, dass du da gearscht bist. Punkt. Und das ist traurig. Das finde ich traurig. Wollte ich nun mal erwähnt haben. Ich finde es schade, dass es sowas nicht in Sims gibt. Gut, es, äh, ja. Gut, es vermeidet halt auch Probleme, ne? Also, ich kann es verstehen. Ich weiß nicht. Ich hab, äh, Stand jetzt, das Get to Work. Also, ne, hier, an die Arbeit zu Deutsch. Das Pack hab ich weder erworben, noch installiert. Vielleicht ist es da dabei. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist mehr so selbstständige Arbeit, ne? Dass du als, also den gesteuerten Sim nicht nur zur Arbeit schickst, sondern ihn dann auch steuerst. Bei der Arbeit. Glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, das kann man sich aussuchen, aber da, da bin ich raus. Weiß ich nicht. Da hab ich weder was zu gesehen, äh, noch selber gespielt. Aber ich glaube, dass du da, da bist du halt wirklich dein eigener Chef, weil du machst entweder deine eigene, äh, Medizinklinik auf, deine eigene Gastronomie oder deine Polizeiwache oder so. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht gibt's da auch verschiedene und mehrere Kategorien, aber ich glaube, dann machst du dich selbstständig. Das ist dann, das ist dann deine, eine Firma, dein Unternehmen. Von daher, du hast gar keinen Chef. Also, ich, ist das, glaube ich, außen vor. Gut. Ähm, genug gequatscht.